Zurück zu einer neuen Runde Payday mit dabei, der schmierige Dalu-Geier. Guten Tag. Los geht's. Und Geastron, los geht's. Der Snow X Reaper. Müsste noch OK drücken, das tut er nicht. Jetzt geht's los. Explosion, hast du es gehört? Ich hab's wahrgenommen. Sehr hoch. Mittlerweile sind wir echte Kriminelle. Real Gangsters. Real Gangsters hier in der City. Ich bin schon draußen. Mario. Ich hab Mario erst. Warte mal, ich will einen übernehmen von den Marios. Ich glaub, Marios sind tot. Alle Marios sind tot? Ja, die werden immer direkt ans Herz erschossen. Das sind so ein Tierquäler. Kennst du diese Kommentare? Wenn du irgendeinen Namen sagst wie Mario, dann schreiben die Leute runter. Dann schreibt irgendeiner, ich heiße auch Mario. Ich heiße auch Mario. Den Namen gibt's mehrmals. Scheiße. Nur einmal pro Land vergeben, bitte. Hab ich mit meinem Namen schon verloren. Okay, der eine macht hier C4. Haben wir eine Säge? Da ist noch ein Mario. Willst du jetzt noch einen oder nicht? Moment, lass ihn am Leben. Lass ihn am Leben. Geradeaus, geradeaus. Ja genau, Lorenz, genau auf ihn zu. Er verschickt ihn in deinem Auto. Das ist kein Mario. Doch, da hinten ist einer. Aber da kommen die mit Schilds. Da kommen die Schilds, boys. Achtung, Taser, Taser. Er tasert mich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich kann nicht, ich häng hier an der Brücke. Alles klar, nur noch der mit Schild. I got a shield. Alles klar, shield down. Ich muss mich zurückziehen. Oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Man hängt überall fest. Wir haben einen Sturmangriff. Badass. Die Badass, wie hieß die nochmal? Die Badass Force? Badass Force. Dann hat einfach noch irgendwas vor. Super Badass Force. Jetzt mit Upgrade. Jetzt mit Nervengas. Gibt's ja auch wieder Sam. Ich glaub, hier ist ein Sam. Ich glaub, hier ist ein Sam. Ja. Der kickt ein. Wow. Er hat den Norris gemacht. Oh Gott. Er wurde gesamt. Ach so, geht der dir. Noch ein Sam? Eine ganze Armee von Schülern. Sam Schülern. Sam's Apprentice? Der Bohrer ist down. Dann mach ihn wieder an. Ich komm nicht hin. Hier ist ein bisschen viel los. Ja, hab ich auch gehört. Hier geht die Real Action ab. Real Shit. Aber ich find gut, dass die Bullen schon bevor es hier losging, abgesperrt haben. Ja, die wussten Bescheid. Irgendjemand hat hier die Info gesteckt. Irgendjemand hat uns verraten. Wir wurden verkauft. Ist das hier wieder eigentlich Armored irgendwas? DLC? Ja, ist wieder DLC. Ich bin down. DLC sind eigentlich immer diese Transporter-Missionen. Immer da, wo Mario dabei ist, ne? Genau. Eine DLC-Figur. Ey, ich werd hier gerangelt unendlich. Ich geh jetzt erstmal in den Laden rein. Jetzt lasst mich in Ruhe, Leute. Ich bin gut. Hinter uns, hinter uns. Erstmal wird mediziniert. Hast du Ammunition? Moment. Wir treffen uns hinter dem Empfang. Treffpunkt hinter dem Dresen. Komm, jetzt Masken absetzen. Nein. Irgendjemand hat hier mein Medipack geklaut. Das ist mein Medikit. Egal, ich war hier so oder so voll. Ja, wie immer. Hauptsache rein. Hauptsache rein lang. Immer schön elf. Keine Granat hast. Bulldozer, Bulldozer, Bulldozer. Oh, ich seh den Nogancho. Oh, was ist das denn? Ich bin explodiert oder so. Sie klauen unsere Sachen. Er kommt rein, der Bulldozer. Begrüßen wir ihn. Boah, wie geil er gestolpert ist. Hast du das gesehen? So eine Pirouette hat er noch gemacht. Ja, guck mal, hier drüben ist auch so eine Kante. Da kann man ganz schnell stolpern. Das ist gefährlich. Ey, da klaut er Geld. Die klauen unser Geld. Die klauen unsere Jobs. Hab ihn erschossen. Da hinten liegt die Tasche. Wie jetzt? Ich hab keine Munition bekommen aus meiner eigenen Munitionstasche. Ey, kommt schon, Leute. Was seid denn ihr für Geier? Das ist hier kein Alien-Modus. Wenn du es wirfst, hast du es nicht direkt. Ja, klar, aber ich war selber dran und irgendwie hat jemand alles weggelootet. Ich hab, glaube ich, noch ein Magazin bekommen. Äh, reicht doch. Guck mal hier, schon wieder der Nächste. Bedient sich hier. Muss doch mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden sein. Wie ist unser Kumpel da hochgekommen? An der Seite kommt er noch irgendwo hoch. Okay, warte mal. Ich will hier einen übernehmen. Kann sein, dass die Mucke lauter geworden ist? Eigentlich mega laut. Hallo, Geier. Du musst mit dem Beat gehen. Ja, geh ich grad. Aber der Beat in Payday, kennst du doch den aus dem ersten, wenn du einen Heist geschafft hast? Das ist... Das war der coolste Beat. Aber ich find den hier aber auch ziemlich gut. Wow, 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 wow. Ich will doch nur einen Bulle übernehmen. Wir können doch schon abbauen, Leute. Da oben hängt doch schon der Cage. Der Nikolas. Gott, einer muss die Tasche da hinten holen. Nein, guck mal hier. Wir müssen hier noch alles looten. Ich hol die Tasche. Die, die der Bulle hier geklaut hat. Hallo, wir müssen looten. Hallo, ein Hund im Büro. Ich bin voll langsam. Wie könnt ihr eigentlich so schnell laufen mit den Taschen? Juggernaut? Nee, das ist ein Skill. Don't kill Zivilisten. Na super. Irgendeiner Killtien-Zivilisten? Hallo? Halb, wo? Das war nicht abgemacht. Das war so nicht geplant. So, hier ist einer von uns. Ich glaub, der telefoniert. Hallo, Biest? Okay, er ist weg. Wir haben einen verloren. Oh nein, wir haben einen verloren. Ich hab Taschengeld. Egal, durch drei, durch drei. Noch höher? Wie geht man denn da hin? Ich bin am Knacken. Er ist wieder zurück. Biest tritt im Spiel bei. Der Beat hat perfekt gepasst. Aber ich komm doch gar nicht da dran. Ich kann die Tasche da nicht hinwerfen. Man muss erst durch das Haus. Na, klasse. Alles klar, hier, Geld. Ich werde angeschossen. Nicht ins Haus bringen. Nicht ins Haus bringen. Er bringt alles ins Haus. Da geht's gar nicht lang. Wie jetzt? Du musst... Er rennt genau andere Seite. Du kommst da nicht ganz hoch. Obwohl, du bist, glaube ich, ähm... Du kannst, glaube ich, hoch genug werfen. Ich kann das nicht. Du könntest das von da unten hoch... Äh, von dem Vordach hochschmeißen. Das kann ich nicht. Alles klar, okay. Dann würde ich sagen, hier mal Deckung geben. Ja. Irgendeiner wird auch getasert. Wir müssen da hoch. Nimm mal die Tasche mit, Kies. Habe ich und... So viel Geld ist da gar nicht drin. Ja, ich habe schon ein bisschen was rausgenommen. Sorry. Und jetzt musst du von dem Vordach alles hochschmeißen. In den Käfig ran, oder wie? Nee, erst mal aufs Dach. Ah, das geht auch direkt. Gut. Ist sie drin? Ist sie drin? Ja, eins war richtig. Einer hat, ähm, eingesammelt. Ansonsten ist es einfach hoch. Da oben kann man ja hin. Wow, sie backen hier rein. Ist alles drin? Angeblich können wir fliehen. Dann lass mal abhauen. Oh nein. Nein, da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Ich kann nicht. Wo seid ihr? Axi down. Ich bin oben. Wow, hier ist eine ganze Armee. Nicht drängeln. Im Treppenhaus. Nein, du bist gar nicht hinter mir. Was ist denn Sam? Hinter mir ist Sam. Hilf mir. Was soll ich denn tun? Schieß. Ich bin doch gar nicht hinter dir. Ich bin im Treppenhaus. Oh nein, Sam Fischer rennt mir da hinterher. Wo ist er? Da läuft er. Was ein Joggernaut. Ich bin geblendet. Total geblendet. Leute, ihr seid da falsch. Was seid ihr gar nicht? Hier ist auch eine Treppe nach oben. Kies, genau hinter dir geht es doch noch höher. Die Treppe wusste ich gar nicht. Ich bin außen rumgerannt. Müssen wir auch in den Käfig? Ne, wir müssen nur hier hin. Wir hängen uns ran. Das wäre cool. So, erledigt. Oh, der Innenstadt-Erfolg. Hast du ihn bekommen? Nein, nein. Innenstadt-Erfolg steht oben. Ach so. Ist noch nicht fertig. Ach nee. Ach, wir müssen fliehen. Woher weiß er das? Er hat uns verraten. Informant. Das kann er doch gar nicht wissen, dass wir noch fliehen müssen. Ist noch nett. Jetzt Transporter. Die Flucht. An Eisenbahnraub. Nee. Was? Next-Gen-Shit? Ohne Scheiß. Wir müssen den Eisenbahnraub machen. Oh shit. Das wird ewig gehen. Der Eisenbahnraub ist das lang, oder was? So, da kommen noch mehrere Tage. Eck, ich... Ey, ewig. Das ist das mit diesem riesigen Zug, wo wir diese explodierenden Dinge rausholen müssen. Stealth? Ich kann nicht stealthen. Dafür bin ich nicht gemacht. Bleib einfach irgendwo hinten rumstehen. Ich warte am Auto. Ich halte das Auto frei. Hallo, der hat doch gerade das Briefing durchgegeben. Oh Mann, das wird ewig dauern. Ja, wir wurden schon gesehen. Einer wurde entdeckt. Stealth. Das ist Stealth, ey. Ich war's übrigens. Ich hab eine Taschenlampe. Oben auf der Brücke sieht uns jemand. Da guckt einer runter. Hallo. Ja, wir müssen jetzt hier nach oben gehen. Dann müssen wir den Zug aufknacken, was ungefähr so eine halbe Stunde dauert. Dann müssen wir insgesamt 30 Taschen hier runterschaffen, was nochmal ungefähr so eine halbe Stunde dauert. Und dann müssen wir aushalten, bis wir eben abgeholt werden. Hier ein Geschenk. Ah, eine Leiche. Ich stealth mich hinterher. Einer sieht uns. Einer sieht uns. Ich hocke im Busch. Es geht doch voll nach hinten los. Ich glaube nicht. Bist du geblendet? Wieso geblendet? Red dich mal um. Geblendet nicht, aber es ist ein schöner Effekt. Du gibst hier Lichtzeichen für die Gegner. Hörst du das? Die Taschenlampe? Hört man die? Also es ist ein Sound, ja? Und irgendeiner sieht uns hier ganz knapp. Ich bleib jetzt hier in den Busch. Wow, wow, wow. Wer ist denn? Ah, der Balken ist fast voll. Er hat ihn getötet. Zwei Leute tot. Wir haben schon drei Pager beantwortet. Oh Gott, oh Gott. Bleib hier, Dalo Gaia. Bleib hier. Ich bin am Stein. Ich bin sowas von hinterm Stein. Mann, bist du hässlich. Das ist dein Auge. Mann, ist nicht sichtbar. Er sieht dich. Von wegen. Das war nicht... Kontakt rein! Was, Bründerer? Komm, knack das Ding. Wieso kann er die Bombe hier nicht anbringen? Da jetzt. Was legt der denn? Weiß ich nicht. Ich bin drin. Ich bin drin. Wahnsinn. Hier, er konnte es auf einmal knacken. Hier ist doch der Shit drin. Das sieht doch gut aus. Armor Response. Ah, ich glaube, wir brauchen irgendwo ganz unten so einen Bohrer oder so. Nee, 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 nee. Das ist ein Bulle? Egal. Oh, das ist ein Passagier, ne? Ja. Okay. Habe ich doch den richtigen erschossen, den Gauna da. Wo seid ihr denn? Lass ihn mal am Leben. Lass ihn mal am Leben. Du machst doch da Mist. Hinter dir kommt die Special Force. Special Force. Das ist einer am Leben. Ich will einen übernehmen. Übernehmen. Oh, ey. Übernehmen. Übernehmen. Ey, Jay. Aber die Map ist schön. Ja, ja. Die Grafik von der Map ist richtig gut. Ich finde, ich kann sie sehen lassen. So mit dieser Weitsicht. Ja. Ich finde auch den Hintergrund, dass er so verschwommen wird, ganz cool. Sehr entspannt, die Gegend. Und wo ist unser Ziel? Und wo ist unser Ziel? Ups. Ja, hier. Das ist gehört. Sie bringen die bösen, großen Waffen. Aber hier habe ich doch gefunden. Das sieht doch gut aus. Hier ist ein riesiger Tresor. Oh, nein. Nogger, Nogger. Ich sehe keinen Nogger. Seien die sich da ab? Ja. Hinterm Zaun? Ja. Ja. Ist das ein schwarzer Jugger in der Haut? Also ein schwarzer Anzug? Ja, Elite. Da muss man nah ran. Wuhu. Habe ich ein Messer in der Hand? Wo, wo? Der eben gerade hat das Messer in der Hand. Der so... Ja. Lass ihn am Leben. Oh. Schießen doch alle drauf. Lass ihn am Leben. Lass ihn am Leben. Mr. Dars. Finde ja raus. In welchem Waggon das geschützt ist, Kies. Das ist zu viel Arbeit. Ich ziehe mich hier hinten zurück. Ich werde gelasert. Ab hier übernehmen die Mitarbeiter. Boah, sind auf dem Zug auf einmal viele Koppes. Ich kann nur sagen, die Mission wird extrem schwer. Außer wir finden den Bohrer direkt. Es wird extrem schwer und wird extrem lange gehen. Mit lange meine ich. Guck mal, wir haben eine Schlüsselkarte. Damit geht es viel einfacher. Wir können einfach rein. Nein! Sam Fisher, Sam Fisher. Macht er schon wieder... Er prügelt auf mich ein. Nein, nein. Ich habe ihn. Schau ihn dir an. Ich bin gar nicht müde. Ich bin aus deinem Leben. Ich bin benommen. Ich habe keine Money mehr für Sam. Oh nein, blub, 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 blub. Er beleidigt mich auch noch. Er hat mich verspottet, als er mich umgehauen hat. Ja, mir hat er ins Gesicht gepisst. Da kommt noch ein Sam. Ich sage ja, die Mission ist extrem. Hier kommen 100 Sams. Ich bin weg. Oh nein. Ich habe mich schon gehaftet. Alter, wie schnell hebt er auf? Scully hat eine Fähigkeit. Damit muss er nur in deine Richtung rufen. Du stehst wieder auf. Du sagst nur sowas wie, hey, du Wixter, steh wieder auf. Tu nicht so, Mann. Ich habe keine Money. Ey, du Simulant. Unser Freund wird getasert und ich kann nicht schießen. Und ich bin derjenige, der die Munitionstaschen legen kann. Und ich bin weg. Ich kann nicht schießen. Wieder belebe ihn. Ich bin dabei. Hol ihn zurück ins Leben. Oh nein. Alle von uns werden getasert und ich kann nichts dagegen schießen. tun. Da hinten war irgendwo Munition. Hinter den Brettern. Ich kann nur sie einschlagen. Hinter den Brettern. Da, Lukat. Munition hinter den Brettern. Ich bin am Boden. Budukat. Bodu, Bodus. Dublukat. Dublukat. Wo ist denn hier, Moni? Da liegt eine Tasche. Unglaublich. Wie lange kommst du irgendwann wieder? Nein, ich bin raus. Nie wieder? Nie wieder. Vorbei, vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye. Bin einfach so aufgehoben jetzt. Oh Gott. Ich bin im Knast. Ja, vielleicht kann der drohen. Und der Nächste wird getasert. Ich werde mich jetzt erstmal verbinden. Da drüben sind Drogen. Drogen in der Werkstatt. Wieso sind da alle drin? Wird der Polizeivorschluss auch auf? Nee. Hallo? Wer schießt mir denn in den Rückkennen? Oh Gott. Eine Nuke. Kaboos. Wie lange sagt der Bohrer noch? Gibt es eine Geisel? Haben wir eine Geisel? Ich glaube nicht. Nein. Richtig. Holen. Was ist nun aus dem Heist geworden? Erzähl uns was zu Payday Keys. Payday. Ein Spiel, das von Abwechslung strotzt. Mhm. Mal muss man bohren. Mal muss man bohren. Schweißen. Ich glaube hier schweißen wir eher, oder? Kann das sein? Dass wir hier eher so am Schweißen sind? Ich guck mal. Nee, wir haben kaputten... Was ist denn das? Das ist schon ein Bohrer. Das ist schon so ein richtiger Bohrer. Das ist schon ein, ja, selbstgebauter Bohrer. Aber es sieht doch eher so aus, als würden wir irgendwas schweißen. Das kann beides. Universal. Sieht eher aus, weil wir haben ja auch hier so Gasflaschen. Das sieht eher aus, als hätten wir so einen Bunzenbrenner. So einen extrem starken. Ja, und hier muss man nur diesen Schalter runterdrücken und dann geht's los. Also bohren wir hier eigentlich gar nicht. Nee, das ist also gelogen. Wer hat uns hier die Mission gegeben? Ich komm nicht mehr rein in den Wagen. Ich will da rein. Dardo kann auffassen, die Kugeln können explodieren, wenn man die zu... Genau, du musst jede Tasche eigentlich runtertragen. Die Kugeln können explodieren? Ja, da drin ist Munition. Achso, und die schmeiß ich weg und dann gehen die hoch. Jep, aber du stirbst dabei. Oh Gott, ich will nicht rausfallen. Oh, was ist denn das von... Lass mich mal ran hier. Ach, das ist ein Thermalbohrer. Ich mach das Ding wieder an. Kannst du schon in deinen Raum reinfliegen? Nee. Wie sieht's da drin aus, Mann? Ist das spannend? Man kann sich leider nicht frei bewegen. Endlaser, Endlaser. Es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Ich bin blind, blind. Ich weiß nicht, ob ich in dem Wagen drin bin. Bin ich drin? Jep. Achtung, Taser kommt rein. Leute, da kommen doch welche Keys. Wie lange noch? Also eigentlich, die meinen, du kannst wiederkommen. Oder spielen wir auf Overkill? Ich kann nicht wiederkommen. Bei mir steht keine Zeit. Okay, Sam Fisher ist wieder da. Und ich bin sowas von blind. Er ist direkt vor dir. Ich bin blind. Hol ihn, hol ihn. Haben sie ihn? Ja, sie haben ihn, aber ich komm nie wieder. Also so viel ist immer sicher. Niemals. Nie wieder. Aber wir können dich ja rauskaufen später, Kaution. Naja, wenn wir dann im internationalen Waffenhandel drin sind, müssten wir ja ganz gut was verdienen. Ich glaube, seit dem Add-on haben die Blendgranaten, oder? Ich finde das ungefähr als cool. Nein, die hatten auch schon davor Blendgranaten. Aber die haben ihn noch nie geworfen vorher. Und jetzt erschießt er mich auch noch. Und er teabackt dich. Er hat einen richtigen Hass auf dich. Und T-Beutel, da werde ich aufgehoben gerade? Äh, ja. Hallo? Der eine hier kann schnell wiederbeleben. Aber die Fähigkeit mit dem Rufen ist halt extrem gut. Weißt du, du rufst einfach rüber. Ey, steh mal auf hier. Junge, was machst du da? Junge, was machst du da? Liegst du hier am Boden rum. So geht das nicht. Wir sind Profis. Ach, echt? Okay. So diese Schwalbe. Schadensersatzklage. Polizeigewalt. Hallo? Polizeigewalt. Überzogene Gewalt. Das war nicht nötig. Ich wollte kooperieren. Ich hab's alles auf der Überwachungskamera da. Er hat Drehengas eingesetzt. In mein Gesicht. Sergeant Pepper. Sergeant Pepper Komplex. Ist das jetzt offiziell? Nennt man den so? Sergeant Pepper Komplex? Der Sergeant Pepper, der hat ja noch ein paar Klagen gemacht. Weil der ja jetzt dadurch belastet wurde. Oh nein. Oh nein. Geh weg, Sammy Boy. Samuel. Samuel. Ich hab ihn auch schon. Er hebt schneller auf als ich. Hallo. Für meinen Verdienst. Keine Medaille. Für Kameradschaft. Für Dalugeier. So, hier. Mach da auf. Die Türen. Open the open. Und ich werde wieder angeschossen. Oh Gott. Ich bin drin. Okay, und die Patronen darf ich nicht werfen? Nur hinlegen, direkt auf den Boden. Aber so richtig werfen, nee. Und wenn ich die auf Bullen werfe? Äh, keine Ahnung. Explodiert und die sterben. Ja, geil. Aber du sollst dir unser Geld nicht wegwerfen. Na ja. Aber die Patronen sind gar kein Problem. Leg mal die Patronen wieder ab. Ja. Und geh mal an so eine Holzkiste. Ich glaub, da kann man auch was holen, oder? Ja. Irgendwo kann man nämlich den Prototypen holen. Und der wiegt eine Tonne. Weil ihr sollt ja so Geschützteile von einem Prototypen holen. Das ist nur die Munition dafür. Aber hier ist nichts. Dann ist es nicht hier, dann ist es woanders. Lass die Geisel freien. Du bist gleich da. Nein, nein, das ist keine Geisel. Das ist... Doch, lass deine Geisel frei, um deinen Teamkameraden zu bescheiden. Ich bin wieder hier. Du bist aus der Haft entlassen. Ist da hinten der Thermalbohrer? Denn wir müssen ja weiter bohren. Das ist ja das Brutale hier an der Mission. Guck, hier sieht man es. Ich habe es geworfen und... Normalerweise... Yo, hier. Toll, Ties. Toll. Kaum bist du wieder da. Alles kaputt. Ja, ich muss dir nur mal zeigen. Alles kaputt, ey. Ich habe damit aber auch einen Bulle getötet. Ist einer von uns explodiert? So ein Quatsch, ey. Ties. Ties. Ties hat mich dazu gezwungen. So ein Quatsch. Hat das alle gesehen. Er hat gesagt, mach mal bitte. Da kommt noch ein Shieldboy. Da kommen einige. Da kommt ein Nougat. Ein richtig dicker Nougat. Und schon wieder eine Flash. Und schon wieder... Und ich kassier. Oh. Was ist hier passiert? Ich höre es nicht. Ich sehe es nicht. Ich höre es. Es ist alles weiß bei mir. Ich sehe nichts. Ich bin, glaube ich, blind geworden. Dadurch. Ich sehe meine Augen. Meine Augen. Was geschieht mit mir? Ich bin aufgehoben. Wie das aussah. Ich habe 30 Sekunden lang nichts gesehen. Hier ist nichts mehr drin. Was heißt denn, wie es aussah? Ich habe gar nichts gesehen. Auf einmal hast du noch gekrackt. Ja, Leute. Die Beute ist weg. Nein, ich habe noch eine Tasche. Die schmeiße ich auf den Kopf. 4.000 verdient. Ich habe den Thermalbohrer. Warum habe ich den Thermalbohrer? Der wollte uns den Thermalbohrer klauen. Hilf mir. Hilf mir. Ja, Dalo. Danke, ne? Wegen... Ja, weil ich habe nichts getan. Hast du geil gemacht. Ich hätte wenigstens gern was gesehen. Oh, 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 oh. Ich bin down. Wo liegt er denn? Alles ist rot. Mit Schuhe. Halte durch, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier ist wieder die Party. All night long. Sag die Katze. Was denn? All night long. Warum sagt die das? Kennst du es nicht? Nein. Ich habe keine Ahnung. Die Katze, die immer so jammert, als würde es sich nach Reden anhören. All night long. All night long, John. Kennst du es nicht? Nee. Hast du nicht die South Park-Folge gesehen mit dem Meme? Das hier? Doch. Ja, und dann kommen doch die Katzen. Die schwarze Katze. Boah, das ist aber... Wann ist das denn? Welche Staffel war das? Das muss ja schon lange her sein. War nicht so lange her. Vielleicht zwei Jahre oder so. Ja, doch. Das ist schon lange. Höchstens. Wozu holen wir denn jetzt auf den Prototypen und wir gar keine Munition dafür haben? Keine Ahnung. Können wir nicht einfach gehen? Was müssen wir mitnehmen? Nee, man sieht es. Wir können nicht fliehen. Das war ja deine Idee, hier die Munition irgendwie mal anzuschießen. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Hier ist wieder was explodiert. Das war eine Flash. Das ist eine normale Flash. Die Anti-Wading-Sniper-Teams. Was ist das für eine doofe, lange Mission, ey? Ich sag ja, die geht ewig. So ein mega-heiß. Die geht noch ungefähr eine halbe Stunde. Labernitsch. Ich mein's ernst. Wir müssen's machen. Weißt du, wie lange es dauert, die Teile da runter zu schleppen? Wir haben doch nur eins. Nee, das sind mehrere. Klettert einer hoch. Hier ist Sneaky, ey. Bam. Ich warte hier und sitze meine Zeit ab. Weiche. Ich will auch. Was ist hier? Hier gibt's Nutten und Koks. Kann man hier runterfallen? Oh, geil. Was ist das? Was ist jetzt noch einer? Was machen wir hier? Keine Ahnung. Guck mal, der ist hier irgendwo in so einem geheimen... Ja, hier ist noch so ein Zwischenraum. Boah, ich hab hier irgendwie so einen Ninja-Move gemacht. Boah, hat der Bohrer noch oder ist der nur leise? Nee, ich glaub, der bohrt. Würde ja sonst angezeigt werden. Der ist extrem leise, ist so ein neuer Thermalbohrer. Ja, cool, cool. Hochmodern. Es geht wieder los. Hallo, Gaia. Here they come. Ja, ich bin im Zug. Ich bin sicher. Es besorgen ist auf. Boah, ich darf nicht down gehen. Oh, nein! Was ist da drin? Ein Juggernaut steht direkt hinter der Tür. Wie dumm ist das denn? Was hat der denn für einen Job? Wie schützt du den Raum? Der muss ganz schön schwitzen hier in seinem dicken Anzug, in so einem miefigen Zug. Das ist wieder der falsche Raum. Oh, nein! Ich sag ja, das geht ewig und wieder nur Munition. Soll ich direkt dagegen feuern oder wollen wir sie mitnehmen? Dafür müssen wir doch erst alles in Taschen füllen. Gott, werden wir uns singeln. Es kommen ganz viele Nogger. Oh Gott, ich hab nur noch ein Viertel ab. Ey, und das ist ein Nogger. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ich bin down for the count. Ich hab den einen gerettet. Der ist Level 100. Der muss uns alle retten. Ich wurde erschossen. Am Boden liegen. Leute, das wird ein Shitstorm. Ein Shitstorm. Ich hab's genau gehört. Jugger down. Jugger down. Macht er, macht er. Ich will immer wieder nur Shitstorm. Gott, die sind ja überall. Das ist schlampige Polizeiarbeit. Nee, die sind überall. Das ist voll gut. Nein, Mann, ich will ihn übernehmen. Meine Güte. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Der arbeitet für uns. Sam Fisher. Sam, Sam. Er hat daneben getreten. Und jetzt hat er einen anderen umgekickt einfach. Ich hab einen übernommen. Sam gekillt und bin dafür in den Knast gekommen. Direkt, ey. Für Sam töten. Zack, ey. Ich konnte es sein. Beamtet gemacht. Also so nicht, ja. Der Mann hat Familie. Direkt wurde ich verhaftet. Ey, er muss wen als Geisel nehmen. Ich hab einen Bullen. Aber der arbeitet jetzt für uns. Ich hab ihm mehr geboten. Ich hab ihm gesagt, hier gibt's das dicke Geld. Wir handeln mit Patronen. Wie dummisch eigentlich ist das, der Bullen. Oh, Leute. Ich bin dabei. Da ist eine ganze Einheit. Alle Leute, die er persönlich jeden Morgen kennt. Sein Bruder. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Hier. Zieh da so eine Maske auf. So, ihr Wichser. Die haben einfach mehr geboten. Ich bin jetzt voll im Bissen. Die ist eine HP. Ja, meine HP war noch nie gut. Hinter der kriegt die ich. Nein! Okay, wie lange noch da, Lugaya? Ich bin im Knast, bis ihr mich holt. Aber den Mann, den ich übernommen hab, der ist ziemlich gut. Der hält sich. Der Neue ist gut. Der Neue hält sich. Oh, Beast hat den Geisel genommen. Wir dürfen nicht eintauschen. Fünf Sekunden, dann... Bane verhandelt. Ach, der Bane von Batman? Ja, ja, der verhandelt gerade. Ich möchte Ihnen ein Geschirrstank bieten. Ihr bekommt einen eurer Bullen wieder und wir sind wieder im Rett. Findet diesen Batman. Geschäft verzögert sich um fünf, aber er steht da schon die ganze Zeit. Ah, der ist immer noch hier am Rumpf schnattern. Weißt du, Bane ist so ein bisschen ernuschelt doch so stark. Weißt du? Ich verstehe nicht, we're the one. Kennst du Big Bang Theory? Die Spracherkennung funktioniert nicht. Hier, ich zeig's dir. Sirin, zeig mir die nächsten Restaurants. Ich verstehe nicht, Brother Wolf. Siehst du, total scheiß. Verhandelt doch mal da. Geht nicht. Verhandlung. Bane spuckt. Veränderung. Irgendwas kommt hier schon wieder. Der eine hat eine coole Maske, so einen Lappen, so ein Tuch. Erinnert mich an irgendeine Videospielfigur. Wer hatte denn noch mal so eine Maske? Äh, Punisher. Also von der Länge her. Nee, warte mal. Irgendeiner gab's. Irgendein Film, warte, irgendein Film. Ach ja, genau. Ähm, da wo der Knollruf ist in dem Film. Wie heißt der denn noch mal? Den, wenn's nicht gibt, du meinst, äh... Strange oder sowas. Nein, 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 Purge ist es nicht. Ach so, ja, dann ist es Stranger. Ja, der hat doch auch so eine Maske, ne? So einen Sack einfach nur. Ja, genau, der hat einen Sack auf dem Kopf, der Scheffel. Mit dem Knollruf im Hintergrund. Das ist kein Knollruf, das ist nicht Hogger, der da ruft. Das ist ein Knollruf. Die seilen sich da hinten bei den Bergen ab. Das ist mehr Freizeit als Arbeit für die. Oh, Leute, ich bin grad hier in der Nähe. Sightseeing. Ich komm mal kurz runter. Sniper irgendwo? Here they come. Ich hab immer noch meinen Mann hier. Der hält wirklich alles aus. Ein guter Mann. Ich hab ihm viel geboten. Der kriegt da einen Anteil, ne? Ne, ne. Du bist jetzt gleich raus aus dem Geschäft. Alles klar, hier, zack, ne Granate da unten hin. Brauchst du einen Granaten her? Boom. Echte Profis finden Granaten. Du bist jetzt gleich down. Irgendwie kriegst du kein Schild mehr zurück. Natürlich, warte ab. Moment. Und zack, hier wieder voll. Ich halt durch. Ich spiele eben auf Experte. Oh Gott, oh Gott. Sam Fischer da hinten. Er ist mit einer Lulululululululu, da ist er gefährlich. Er ist tot. Tora sind down. Hey, das ist doch die längste Mission aller Zeiten. Und die geht, danach kommt ja noch was. Und du weißt, heute ist The Last of Us rausgekommen. Und ich spiele hier Payday. Wir müssen noch was anderes spielen. Titten Fall? Ja. Ein anstrengender Tag heute. Also heute ist Business. Da könnt ihr mal sehen, wie das Leben von so einem Let's-Player ist. Morgens aufstehen, joggen gehen und dann spielen. Pete's Meet überspringt den 1. Teil. Das Aufstehen oder das Joggen? Tja, Leute, ihr könnt euch jetzt zusammen reiben. Apropos Pete, gestern hab ich mit dem Chris noch eine Runde Titanfall gespielt. Komplett oder einfach nur im selben Team? Im selben Team. Ich hab Debitor gesehen. Debitor? Nein. Doch, und der ist dann einfach abgehauen. Ja, klar, weil du ihn immer so disst. Klar, der weiß das. Vielleicht waren die Teams einfach nur unausgeglichen, weil ich im Gegnerteam war. Was denkst du, wer die 20 Dislikes gegeben hat? Debitor und Freunde. Meinst du auf deinen Kommentar? Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab gesagt, Debitor ist cool. Debitor ist auch cool. Ist halt nur nicht viel einfach glücklich. Ja. Bahamas ohne mich. Vielleicht hatte er Sand in den Schuhen. Schon mal darüber nachgedacht. Früher ging der Sand anders. Da würde ich am Foto auch nicht gut tun. Das ist richtig unangenehm. Ja, das ist richtig unangenehm. Das nervt einfach. Ja, das ist wieder so eine Folge, wo uns jeder hassen geht dafür. Quatsch. Ich hätte aber gern mit Debitor gezockt. Ich weiß auch nicht, warum man die Lobby dann wirklich verlassen hatte. Ja, er ging gerade los. Boah, Sam Fischer, er verprügelt. Sammy, Sammy F, ey. Wer hat mich gerettet? Mein eigener Mann hier drüge. Ja, ich glaube irgendwie schon, der hat dich aufgehoben. Was für ein Pumpe. Mach ich, mach ich. Langjähriger Freund und Mitarbeiter erschossen und dann seinen neuen, besten kriminellen Freund aufgehoben. Hier ist Sam, der hat sich angeschlichen. Der läuft hier bei uns rum. Der will doch für uns arbeiten. Meine Güte, es war der Neue. Wir sollten den Sam mal übernehmen. Das wäre krass. Dann reint der auch immer auf die Crew los. Moment, wer ist jetzt meiner und wer ist der Gegner? Ich schlage auf einen. Ich weiß nicht, wem der gehört. Ich glaube, der ist feindlich. Wo ist denn meiner hin? Meiner ist wieder weg. Moment, ich übernehme einen. Er hat mich wegholt, aber er gibt auf. Gebe ich dich schon auf? Ich bin blind. Boah, Sam Fischer, Sam Fischer, Sam Fischer. Alles klar, den machst du. Wie heißt der? Cloaker? Cloaker, ja. Hast du Muni? Hast du Muni? Ne, ne. Ammo back, ammo back, ammo back. Okay, ich geh down, ich geh down. Ich bin weg. Du bist wieder im Knast? Ich bin wieder im Knast. Da waren zu viele. Haftier? Ist doch niemand. Einer. Da waren zu viele. Ein, ein, zwei. Ne, da waren Sniper irgendwo. Ich hab's gesehen. Ich hör einen, aber der schießt auf nix. Hast du Team Fortress damals gespielt? Ein bisschen. Das ist alt so. Guck mal, erinnert dich das nicht hier an Dust Bowl? Team Fortress 2? Können die natürlich sein, ne? Die haben ja auch Counter-Strike-Maps und so. Das sieht doch aus wie diese Mühle aus Dust Bowl. Ja, so ein bisschen. Könnte inspiriert sein. Immerhin haben sie auch die Go-Bank. Ich will andere Go-Maps. Wie jetzt? Der Angriff ist vorbei? Wir haben aufgegeben. Wir haben alles. Irgendwo ist noch ein Snipe auf dem Berg, aber den finde ich nicht. Hier rattert doch ein Bohrer. Übernimm den. Übernimm den. Hast du den Skill? Ich hab keine Money mehr. Schlag ihn doch tot. Er ist schwach. Er war aber nicht alleine. Das war das FBI. Damit schlägst du nicht einfach drauf. Moulda? Ich hasse diese Money-Probleme. Warum nehmen wir denn nie genug Money mit zu einem Deal? Naja, Sackgesicht wollte mitnehmen. Ach so. Aber Money-mäßig... Der eine wird getacert. Der eine wird getacert. Ja, es gibt Prioritäten. Ich kann eh nur zuschlagen auf die Hood. Ja, aber er muss einen übernehmen. Get your hands up. Nicht schlagen, nicht schlagen. Oh, Dalu, Geier. Was denn? Er will doch einen übernehmen. Steht nirgendwo. Wo steht das? Wenn ihr sowas sagt wie, lass die Waffe fallen, dann bedeutet das so viel wie... Das macht man einfach so. Das ist kein Sport. Kann er nicht einen Shield-Boy übernehmen? Ich glaub nicht, nee. Das geht nur bei den Normalen. Die lassen sich nicht einschüchtern, die Dicken. Oh nein, ich hab noch keine Money, Leute. Oh nein, ich hab noch... Lululululululu. Kies, es ist zu spät. Ich glaub, ich muss springen. Mach doch einen Money-Run. Ein Money-Run. Okay, keine Muni, Mann Da drüben Sam, Sam Wieso komme ich eigentlich nicht in den Knast? Ich bin schon hundertmal down Keine Ahnung, du hast irgendwie die wahrscheinlich geschmiert Darlucat arbeitet für sie Ich glaube, mein Kopf hängt mit dem Zug fest, kann das sein? Ich kann mich nicht drehen in alle Richtungen Darlucat ist einer von ihnen Die locken mich immer nur aus Und dann, ja, ja, der ist tot, der ist tot, lass sehen Wir sind zwei im Knast Was soll ich machen, Kie? Soll ich springen? Nein, da drüben liegt Munition Ich werde aufgehoben, aber ich kann nicht aufstehen, weil mein Kopf hier drunter festhängt Du kannst hier nicht aufstehen, jetzt Überleb, überleb, bleib hier drin Und dann? Keine Ahnung, nimm ne Geisel, verhandel Mach was für dein Geld Du kannst jetzt getauscht werden Ja, dann tausch mich doch Ich bin bereit Hilf mir doch, er tasert immer noch Hau ihn Ah, dankeschön Übernimm einen, ich kann getauscht werden Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind, blind, blind Taser, 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 hau ihn weg, hau ihn weg Ich lade doch Hau ihn doch weg Scheiße Er hat auch keine Muni mehr, wir sind munitionslos Ich hab einen Bedrohen, bedrohen Du musst ihn bedrohen Oh nein, 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 schwarzer Nogger Oh Gott Der Juggernaut gegen seinen Kollegen Er hat seinen Kollegen erschossen Eiskalt Boah, was eine Mission Wie ist krass? Oh man, Freunde Ich sag ja, das ist eine extreme Mission Wir müssen sogar Geld zahlen, Mann Ich zahle Geld Ja, ich muss abgeben Am Ende hab ich Minus Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge Wir immer danke fürs Zusehen Und Tschüss Tschüss